Hallo, herzlich willkommen in der Apotheke Rohrbachmarkt. Mein Name ist Joe. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich wünschte wirklich, es war einfach nicht mehr da. Was denn? Ein Geräusch in meinen Ohren. Oh, Tinnitus. Das ist natürlich sehr unangenehm. Wie fühlen Sie sich sonst noch? Schwach. Ah, das tut mir leid. Was soll ich tun? Ich habe da aber was ganz Tolles für Sie. Ich bin so gerne hier. Oh, sowas würde ich sehr gerne. Vielen Dank. Schauen Sie mal. Da habe ich was für Sie. Ginkgo-Tabletten. Durchblutet das Gehirn, schwächt die Ohrengeräusche und dadurch auch den Tinnitus. Nehmen Sie gleich eine Tablette. Hier, bitteschön. Meine Kraft wird immer stärker. Wow, so schnell? Gibt's noch andere? Ja klar, hier. Aber bitte nicht mehr als vier Tabletten täglich. Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Wo noch niemand war? Wohin? Wo noch niemand war? Okay, dann viel Spaß. Schönen Tag auch. Dann euh. Ja. Kids. Vielen Dank.